so meine lieben das erste mal mit meiner neuen kamera mit dem samsung galaxy a3 2016 das heißt wirklich so und wenn ihr mal sehen wollt wie ein zwei wie sehe ich denn aus wie ein zwei sterne hotel aussieht ja ein zwei sterne hotel allein wie ich hier reingekommen bin war schon mehr als abenteuerlich in einem zwei sterne hotel ist das waschbecken zum beispiel im zimmer ja zum beispiel und naja es kostet immerhin 50 euro ich bin etwas sprachlos ich muss das anders machen ich halt mal schwein die kamera um das ist ein naja hier ist schon ein haar und das ist definitiv nicht von mir ich lag nämlich noch nicht hier drin also da ist schon mal ein haar kein matratzen schoner doch ist ein matratzen schoner drunter dann haben wir hier die fönstation was immer auch hier gerade leuchtet ich habe keine ahnung ach die muss man erst einstecken die ist nicht eingesteckt weil der fernseher eingesteckt ist das ist die ich vermute mal das antennenkabel warum fokussiert er da nicht natürlich rauchen verboten dahinten habe ich den besucher aber gut in einem einstern hotel muss man sein zimmer auch schon mal teilen können da oben braucht er gar nicht erst hingucken das ist unfassbar dreckig ja also da ist unfassbar dreckig kann ich da irgendwie hochkommen also das ist unglaublich und da sieht es nicht genauso aus unglaublich warte mal ich habe noch eine idee wie ich noch was machen geht man noch hoch schlecht nicht schlecht nicht schlecht ja gehen wir mal ins aller heiligste also das ist zumindest sauber hier auch dusche war klar ja zwei sterne ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.